Wir sind das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Elite-Schule des Sports und Fußballs, Schule für Hochbegabtenförderung, Aufbau-Gymnasium und Ganztagsschule. Die Schüler des Aufbau-Gymnasiums und sportinteressierte Schüler der Regelklassen profitieren von den vielfältigen Angeboten. Wir am HG machen uns stark für Schule und Sport. Wir sind dabei flexibel und an den Schülerinnen und Schülern orientiert. Für die Entwicklung deiner sportlichen und kognitiven Höchstleistungen stehen wir zu jeder Zeit an deiner Seite. Unser Ziel ist eine gelingende duale Karriere. Du profitierst von unseren langjährigen Erfahrungen im Umgang mit und bei der Ausbildung von Top-Talenten. Wir helfen dir, deine Stärken zu erkennen und diese auszubauen. Durch moderne Trainingsgeräte und Trainingsmethoden sowie eine hochwertige und moderne Ausstattung im schulischen Bereich heben wir uns von anderen Schulen ab. In der Oberstufe können wir als Aufbau-Gymnasium Schülerinnen und Schüler aufnehmen, die keine zweite Fremdsprache in der Mittelstufe hatten. Das soziale Miteinander liegt uns sehr am Herzen. Wir bieten am HHG allen die Möglichkeit, in der Mensa am Mittag zu essen. Neben Hausaufgabenbetreuung und Förderunterricht gibt es an der Ganztagsschule unterschiedlichste Aktivitäten. Am Heinrich-Hanne-Gymnasium gibt es sehr viele Sportangebote, wie zum Beispiel Leichtathletik, Klettern, Selbstverteidigung und ganz viele andere Sportarten, die man ausprobieren kann. Und das finde ich ganz besonders an unserer Schule. Unser innovatives Schulkonzept für Hochbegabtenförderung bietet intellektuell besonders begabten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich kognitiv, emotional und sozial zu entfalten. Ab der sechsten Klasse findet bilingualer Sachfachunterricht auf Englisch statt. Ab der siebten Klasse gibt es durch den MINT-Schwerpunkt verstärkte mathematisch-naturwissenschaftlichen und Informatikunterricht. Ich finde es gut, hier an die Schule zu gehen, weil das Lerntempo ein höheres ist und dadurch die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, individuell auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen. Und dadurch der Unterricht ganz einfach interessanter und vielseitiger wird. In unserem verpflichtenden Enrichment-Programm bieten wir in Kooperation unter anderem mit der TU, Wissenschaftlichen Instituten und Volkshochschule Kaiserslautern unterschiedlichste Adita an. Neben vielfältigen naturwissenschaftlichen Angeboten legen wir ebenso Wert auf deine kreative Entfaltung und Herausforderungen wie Japanisch lernen. Die Teilnahme an Jugend forscht und anderen nationalen wie internationalen Wettbewerben ist für uns selbstverständlich. Unsere hochbegabten Oberstufenschüler unterstützen in einem innerschulischen Nachhilfesystem die jüngeren Mitschüler aller Zweige. In familiärer Atmosphäre stehen unseren Hochbegabten und den Spitzensportlern verteilt auf vier Häuser 170 Internatsplätze zur Verfügung. Also ich finde, im Internat zu wohnen ist sehr schön, weil man einfach den Zusammenhalt auch hat. Auch mit dem Team hat man einfach mehr Kontakt, wie man daheim wohnt. Und ja, Schule und Sport unter einen Hut zu bekommen, ist einfach viel einfacher, weil die Lehrer darauf achten und man hat auch keine weiten Wege zum Training. Unser Gymnasium ist als Eliteschule des Sports und als Eliteschule des Fußballs anerkannt. Im Radsport sind wir Bundesstützpunkt für Bahnstraße und Mountainbike mit zahlreichen Nationalkaderathleten. Zwischen dem Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern und dem Heinrich-Heine-Gymnasium besteht eine langjährige und enge Kooperation für die Ausbildung von Fußballtalenten. In den Sportarten Klettern, Judo und Tennis sind wir Landesstützpunkt. Die Stundenpläne sind in den Sportklassen an das Training angepasst. Interessierte Sportlerinnen und Sportler können im Rahmen einer Probewoche unsere Schule kennenlernen. Den Kadersportlern stehen vier hochmoderne und professionell ausgestattete Kraft- und Athletikräume zur Verfügung. Das Training der Landesstützpunkte Leichtathletik und Handball wird über den FCK und die Tustanzenberg betreut. Unser Ziel ist es, aus hoffnungsvollen Talenten international erfolgreiche Leistungssportler zu machen. Wie Miriam Welte, Kevin Trapp, Pascal Ackermann und Alexander Vitschatschak. Im Badminton sind wir Landesleistungszentrum und zudem auch Nachwuchsstützpunkt des Deutschen Badmintonverbandes. Bei uns werden einige Landes- und Bundeskader betreut. Unsere Kadersportler können sich in Eisbad und Sauna regenerieren und werden über den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz physiotherapeutisch betreut. Komm zu uns ans HHG. Wir bieten Dir viel Platz für Deine Stärken.